Ach, läuft schon, ja, ich bin doof. Hallo, grüßt euch, schön, dass ihr dabei seid, wieder mal, auch hier bei mir. So, wir müssen jetzt mal gucken. Soll ich euch was sagen? Mir hat das keine Ruhe gelassen mit diesem Zug da oben bei FF, dass wir den nicht rausgekriegt haben. Ich will das Scheißding da raus haben, egal wie. Also, ich habe auch schon eine Idee. Aber jetzt, ich habe hier schon mal sortiert, aber hier ist nichts. Das ist alles Hafen und Stadt. Und das ist der einzigste, den wir nehmen können. Der geht nach Lebensmittelfabrik. Also bei FF. Rangieren? Nö. Aber ich will erst mal das machen. Jetzt muss ich mal gucken, ist der überhaupt noch aktiv hier? Aber ich weiß zwar nicht welche von beiden. Das müsste vorne sein. Eine Bremse drauf. Wundert mich jetzt ein wenig. Na, geh doch rein. Und hier sollte dann auch keine Bremse drin sein. Uff. Nö. Aber scheinen wir scheiß an. Na, klasse. Wir müssen da rausfahren. Das Gleis brauche ich. Und dann will ich was machen. So, braucht man die Richtung, ist verkehrt rum, ne? Bäh. Ja. Na, ist eigentlich nichts verkehrt rum. Eigentlich alles richtig. Ich muss mal gucken, wie das Ding steht. Ich habe nämlich was gesehen. Achso. Ah, es funktioniert auch, wenn ihr in der Nähe der Lok bist. Ja, stimmt. Ja, war ja was. Ob das so funktioniert, wie ich mir das finde. Ich denke. Kommt man so langsam vor, ne? Man sitzt ja auch nicht jeden Tag auf dem Dach von der Lok. Also, wenn das jetzt so ist, wie ich mir das denke, und wir bei FF das finden, was wir wollen. Dann baue ich mir was ganz Böses. Ich will unbedingt diesen Scheißzug da einmal rausziehen. Egal. Hauptsache, ich schraube es einmal. Alles andere ist mir wurscht. Okay, die steht so rum. Das heißt, da ist vorne. Mal gucken, wie ich die da reingefahren kriege. Jetzt weiß ich auch nicht, welche Lokwart ist. Aber wir werden es rauskriegen. Die Weiche ist verkehrt. Wir werden es rauskriegen. Wir werden es rauskriegen. einmal kurz hier reinfahren und dann tauschen wir die Lots dann kommt die nämlich hier weg die dicke hänge ich hier dran und bei FF hängen wir die zweite dicke da dran und die kleine rote bleibt dann vorne drauf als Rangierloch und als Steuerloch ich hoffe ihr könnt mir folgen dann gehe ich aus aber jetzt muss ich mal sehen welche ist das welche jetzt welche fährt jetzt welche fährt jetzt ok die fahr mal mit dir mit fahr mal mit dir Ah, da wollen wir mal. Hau um, ja, ja, ah, ja, 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 ja. Das scheißig ist schwer. Nein, ich sollte noch ein bisschen knacken. Jawohl. Jawohl! Jawohl! Da ist er. Ja, ja, die habe ich schon angeschaltet vorher. Ja, hoppala. Ja, ich habe es schon angeschaltet. Ich habe es schon angeschaltet. Ich habe es schon angeschaltet. Ich weiß, wir könnten auch in ein Häuschen gehen, aber hier sehe ich, wo ich ihn schiebe. Okay, das heißt, wir nehmen jetzt die Dicke wieder mit. Okay. 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 Da gucken wir. Das muss man setzen, sonst sehen wir es nicht. Ja, die hat so ein bisschen Verzögerung. Okay. 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 Nein, die Schlag nehmen wir zum Anhängen. So. Und den hängen wir. Nein, du nicht. Geh drauf. So. Mit dich hängen wir auch zusammen. Ja, Elektrik bleibt an. Vorne. Hinten. Was war das jetzt? Ach so. Zugewiesen. Okay, jetzt müssen wir. Vorwärts. Rückwärts. Jawohl, funktioniert. So wollte ich das. Okay, nicht so toll. Rote braucht jetzt nicht mitlaufen. Oh. Hey. Vielen Dank. Ach, ich bin so doof, ne? Ich weiß auch warum. Wir hätten die zusammenschrauben müssen. Naja, gut. 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 T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Vielen Dank. Aber ihr wisst schon, was ich vorhabe mit der Lok. So, dann haben wir auch schon wieder 22 Minuten Umsatz. Geht immer so schnell. Also ich habe das Gefühl mit den Roten funktioniert. Die Slug, die Slug, ja, die Slug nicht so gut. Was habt ihr doch extra gemacht, ne? So, dann gucken wir, ob das die richtigen Wagen sind. 7,39 ist der letzte, so. Orange, orange. Hoch. Da sind drei Orange und dann kommt ein blauer und noch ein Oranger. Die Sonne geht schon langsam auf, glaube ich. Das ist die 0,25. Jo, das sind alle Wagen. Dann können wir fahren. Die bleibt aus. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Wir fahren in die Richtung. Das heißt, wir fahren hier lang. Und dann müssen wir in den Kreisel runter. Ne. Wir können hier links fahren. Hier fahren wir links. Okay. Okay. Dann schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Ja, erstmal müssen wir so machen, damit wir wieder Licht haben. So, sehr gut. Jetzt brauchen wir die nicht mehr. Sitzen. 6. Upsala. Da ist etwas rausgefallen. Abwarten. Nein. Wir fahren. In der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Jetzt weiß ich, ihr ärgert euch, aber dann wird das wieder über eine Stunde und das möchte ich nicht. Also, bis dahin. Bye, bye.